Mahiwu Koizumi, die ultimative Fotografin. Mahiwu ist jetzt tot. Sie ist das zweite Opfer aus Danganronpa 2. Warum ist hier das passiert? Hey, Hajime. Bevor das passiert ist, hatten wir eine großartige Zeit, richtig? Wir haben uns darauf gefreut, zum Strand zu gehen. Wir hatten eine Menge Spaß. Aber warum? Warum ist so etwas hier passiert? Bitte sag es mir. Jetzt ist nicht die Zeit, um Blasen zu machen. Beeil dich und hol die anderen. Ibuki hat sofort das Strandhaus verlassen. Und dann waren die anderen da. Was zum Teufel ist das? Warum? Warum Mahiwu? Was geht hier ab? Moment mal. Diese Dinge unter euch. Passt auf, dass ihr nicht drauf tretet. Was? Äh, unter uns? Sie? Nun, die Fußspuren vor dieser Tür. Dort sind Fußspuren, die aus dem Haus rausführen. Sie sind wahrscheinlich ein wichtiger Hinweis. Also bitte tretet nicht drauf. Wenn du Beweise meinst, dann... Monokuma hat es in der Ankündigung erwähnt, richtig? Nach einiger Zeit kommt es zu einer weiteren Klassenverhandlung. Was denn? Eine weitere Klassenverhandlung? Sie sind ernsthaft? Würdest du damit sagen, dass... Das stimmt. Einer von euch hat sie umgebracht. Umgebracht? Das ist unmöglich. Hey, hey. Es war nicht irgendwie ein Unfall oder so? Wie... Nun, wenn ihr denkt, dass es ein Unfall war, dann bedeutet das trotzdem, dass der Tod von irgendjemandem verursacht wurde, richtig? Das zählt ebenfalls als Mord. Auf dieser Insel fallen solche Tode in eine Grauzone, deswegen möchte ich sicher gehen, dass ihr es versteht. Auf dieser Insel ist der einzige Tod, der nicht als Mord zählt, wenn man durch Krankheit stirbt. Nun, es ist unmöglich, hier krank zu werden und zu sterben, weil Monomi sich gut um die Menschen kümmert. Was ist das? Oh, da ist sie ja. Ich mag das nicht. Da ist es wieder. Sie ignoriert mich. Das tut mir am meisten weh. Das ist einfach nur das Schlimmste. Erneut ein weiterer Albtraum. Ein weiteres Opfer. Und all das nur wegen Monokuma. Es ist nicht meine Schuld. Wessen Schuld es dann ist, fragt ihr euch? Nun, um das herauszufinden, haben wir die Klassenverhandlung. Also, lasst uns anfangen. Kein Rumgeheule. Fangt einfach an. Hier, die Monokuma-Akte Nummer 2. Nun denn, gebt euer Bestes, okay? Eine weitere Klassenverhandlung. Eine weitere Ermittlung. Das ist alles einfach grauenhaft. Dann hättest du den Mord stoppen sollen, bevor er stattfand. Hast du nicht die Power, um das zu tun? Nun, das... Ich hatte diese Power, bevor er aufgetaucht ist. Selbst wenn sie versuchen würde, es zu stoppen. Wenn man sich die Beziehung zwischen Monokuma und Monomi anschaut, dann gibt es keine Zweifel daran, dass er sie stoppen würde. Ja, Monokuma nahm mir alles weg. Sogar meinen Zauberstab und die Überwachungskameras. Das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, sind diese Ohren. Aber sie können nur dreimal so gut hören wie eine normale Person. Also, mit anderen Worten, du hast ebenfalls keine Ahnung, was hier los ist, huh? Ich bin einfach nur die Schlimmste. Ein machtloser Hase wie ich ist einfach nur das Schlimmste. Hey, wir sollten uns jetzt nicht auf sowas konzentrieren. Viel wichtiger, was sollen wir tun? Müssen wir es erneut tun? Dieses grauenhafte Ding, müssen wir es erneut tun? Ich kann es nicht glauben. Mahi-Wu wurde von einem von uns umgebracht. Ja, ich kann das nicht mehr tun. Ermittlungen und die Klassenverhandlungen. Ich bin einfach fertig. Wir fühlen uns alle so. Aber wir können nichts anderes tun. Und außerdem... Wir können es nicht einfach ignorieren. Wir können nicht einfach den Grund ignorieren, warum Mahi-Wu umgebracht wurde. Ja, das Einzige, was wir tun können, ist zu ermitteln. Weil wir dem niemals vergeben sollten. Wir sollten niemals Morden vergeben. Äh, Chiaki. Der Mörder hat seine Gründe, ich verstehe das. Dasselbe galt für Teru-Teru. Es ist alles Monokumas Schuld. Auch das verstehe ich. Aber, aber trotzdem... Nein. Ich werde es niemals vergeben. Wir sollten Morden niemals vergeben. Entstanden. Nun, wenn wir es nicht tun, dann werden wir alle sterben. Damit wir überleben, müssen wir es tun. Ich werde es tun. Also, dann lass es uns tun. Vielleicht. Mahi-Wu hätte wahrscheinlich auch gewollt, dass wir das tun. Sie hätte gewollt, dass wir die Wahrheit hinter ihrem Tod herausfinden. Ich, ich verstehe. Wenn es jeder tut, dann werde ich es ebenfalls tun. Aber... Aber gebt mir bitte etwas Zeit. Ich muss erstmal ein bisschen runterkommen. Und außerdem, ich werde den anderen, die nicht hier sind, auch noch davon erzählen. Du, du hast recht. Wenn man nur die Ankündigung gehört hat, dann wüsste man nicht, wo der Mord stattgefunden hat. Also, ich bin dann mal weg. Also, lass uns anfangen. Wer hat Mahi-Wu Koizumi umgebracht? Warum wurde sie umgebracht? Wir werden es herausfinden. Das stimmt. Das ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Gut. Als erstes sollten wir uns die Monokuma-Akte anschauen. Monokuma-Akte Nummer 2. Das Opfer ist Mahi-Wu Koizumi. Der geschätzte Zeitpunkt des Todes ist um etwa 3 Uhr nachmittags. Der Tatort war das Strandhaus am Chandler Beach. Der Grund des Todes ist ein einzelner Schlag auf den Kopf mit einem stumpfen Objekt. Es gibt keine anderen externen Verletzungen. Und zudem wurden auch keine anderen Substanzen gefunden. Also keine Drogen oder so. Um etwa 3 Uhr wurde sie umgebracht. Das war der Zeitpunkt, an dem Kazuichi und ich beim Diner angekommen sind. Das heißt, dass wenn wir einfach zum Strandhaus gegangen wären... Äh, nein, wir dürfen das jetzt nicht bereuen. Wir haben andere Sachen zu tun. Wir müssen die Wahrheit hinter Mahi-Wus Tod herausfinden. Das ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Okay. Womit fangen wir denn mal an? Schauen wir uns doch mal die Mordwaffe an wahrscheinlich. Und zwar dieser Baseballschläger. Laut der Monokuma-Akte war der Grund des Todes ein Schlag auf den Kopf mit einem stumpfen Objekt. Das müsste also dieser metallene Baseballschläger sein, richtig? Hä? Dieser metallene Baseballschläger? Es ist genau wie in Twilight Syndrome Murder Case. Äh, hä? Es gibt dort ein Mädchen mit dem Namen Girl E, die im Spiel während des vierten Tages umgebracht wird. Dieses Mädchen wurde ebenfalls mit einem metallenen Baseballschläger umgebracht. So wie Mahi-Wu. Hast du ebenfalls das Spiel gespielt, Hajime? Ist das der Grund, warum du so neugierig warst, wegen des Baseballschlägers? Äh, ja, das ist der Grund, aber... Hast du es ebenfalls gespielt? Dann bin ich mir sicher, dass du es bereits weißt, aber... Dieser Fall steht dieses Mal stark in Verbindung mit Twilight Syndrome Murder Case, glaube ich. Um das Geheimnis hinter Mahi-Wus Tod zu lüften, muss man wahrscheinlich auch das Geheimnis dieses Spieles lüften. Aber selbst wenn man das tut, alle Hinweise, die man bekommt, sind nutzlos. Ich mein, es hat unklar angefangen und es endet auch irgendwie unklar. Das ist, weil du das Spiel nicht durchgespielt hast. Hä? Ich hab's nicht durchgespielt? Ich hab das Spiel beendet mit einem Game-Over-Screen, aber hast du es durchgespielt? Ich bin nicht irgendein Gamer-Girl, das über Videospiele redet, die sie nie durchgespielt hat. Also, was genau soll ich tun, um das Spiel durchzuspielen? Hm. Haben wir es wohl tatsächlich nicht durchgespielt? Hm. Damit hätten wir schon mal die erste Tooth-Bullet. Okay. Ähm. Vielleicht sollte ich erst mal mit den ganzen Leuten hier reden. Vielleicht hilft mir das etwas. Was ist das? Das ist sehr verdächtig, glaube ich. Hast du irgendeinen Hinweis gefunden, Chiaki? Ja. Ja. Erinnerst du dich an die Fußspuren von vorhin? Sie waren am Eingang Richtung des Strandes, richtig? Oh, das. Well. Hajime und Kazuichis Fußspuren zeigen, dass ihr die ersten wart, die hier hereingekommen sind. Aber diese Fußspuren hier sind das Gegenteil. Sie kommen aus dem Haus raus. Hey. Jetzt, wo du es erwähnst, ich dachte auch, dass sie irgendwie seltsam aussehen würden. Wirklich? Nun, als erstes habe ich versucht, durch die andere Tür in das Beach House zu kommen. Aber die Tür ging nicht auf. Deswegen habe ich es nochmal von der anderen Tür aus versucht. Du konntest nicht von der anderen Seite aus rein, weil Mahibus Leiche die Tür blockiert, richtig? Und dann habe ich diese Fußspuren bemerkt. Die Fußspuren, die vom Strandhaus zum Tunnel führen, scheinen zu einer Person zu gehören. Ha, das ist definitiv verdächtig. Jetzt, wo du es erwähnst, Pekko hat doch erwähnt, dass sie schwimmen gegangen ist, richtig? Könnten diese Fußspuren vielleicht... Nun, leider bin ich beim ersten Strand schwimmen gegangen. Deswegen weiß ich nichts über diesen Strand. Ist das wirklich wahr? Aber diese Fußspuren führen direkt vom Strandhaus zum Tunnel. Nun, weil ich schwimmen war, würden meine Fußspuren natürlich direkt von der Küste bis zum Tunnel gehen. Aber wem gehören dann diese Fußspuren? Sie gehören ohne Zweifel dem Mörder. Aber ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Nun, auf jeden Fall ist es ein Hinweis, richtig? Genau. Die Fußspuren, die aus dem Haus herausführen. Okay. Ähm, hast du irgendwas zu sagen? Hm, das ist seltsam. Was meinst du? Nun, ich wollte mich etwas beruhigen, deswegen wollte ich mir etwas zu trinken holen aus diesem Kühlschrank. Als ich den Kühlschrank vor ein paar Tagen geöffnet habe, war ich mir sicher, dass es dort eine große Anzahl an verschiedenen Getränken gab. Aber vielleicht stelle ich mir das nur vor. Ich mein, wen interessiert das jetzt überhaupt? Wovon redest du? Äh, ernsthaft, es ist okay. Ha. Okay, sollen wir uns vielleicht mal das hier anschauen? Den Kühlschrank? Anscheinend gibt es hier weniger Getränke drin. Also haben wohl einige Menschen vor kurzem hier was rausgetrunken, oder? Aber nicht nur das. Die einzigen Getränke, die noch hier drin sind, sind entweder versüßt oder verfärbt. Sie sehen alle irgendwie ungesund aus. Hm. Okay, aber hier, ich sehe doch hier eindeutig einige Flaschen drin. Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun? Jede Menge leere Plastikflaschen. Hm. Könnte das vielleicht irgendwann mal wichtig sein? Hm. Peku, hast du irgendwas zu sagen? Ich werde Morden niemals vergeben. Hm. Chiaki schien irgendwie ein bisschen anders drauf zu sein als normalerweise. Sie muss Morde ziemlich verabscheuen. Nun, so geht es nicht nur Chiaki. Niemand von uns würde so etwas vergeben. Ich schätze, du hast recht. Okay, ähm, Sonia. Vielleicht. Mahi-Wu hätte das wahrscheinlich auch gewollt. Sie hätte gewollt, dass wir die Wahrheit hinter ihrem Tod herausfinden. Aber was sie wirklich wollte, war... Sie wollte wahrscheinlich ihre Zeit einfach friedlich mit uns verbringen, ohne dass so etwas passiert. Da hat sie wohl recht. Mahi-Wu war immer ziemlich gut drauf. Hm. Das ist alles zu seltsam. So etwas Seltsames sollte eigentlich nur in Song-Lyrics passieren. Okay. Ähm, ja gut, dann schauen wir uns mal das Offensichtliche an. Und zwar die Leiche. Hm. Ist das wirklich die energiegeladene Mahi-Wu, die ich kannte? Hm. Jetzt ist sie nicht mehr unter uns. Wir müssen die Wahrheit herausfinden und weitere Hinweise finden. Ansonsten haben wir hier keine Chance zu überleben. Mahi-Wu lehnt sich gegen die Tür, die zu der Straße führt. Wenn sie sich so gegen eine Tür lehnt, wäre es unmöglich, sie zu öffnen. Vielleicht hat Mahi-Wu versucht wegzulaufen, als sie angegriffen wurde. Vielleicht hat sie versucht, irgendwie zur Tür zu kriechen. Das sieht man auch hier an der Blutspur. Okay. Sie hat wahrscheinlich ihre letzte Energie benutzt, um zur Tür zu kriechen und sich dort gegen zu lehnen. Hm. Gut, schauen wir uns mal diese Maske hier an. Die sieht auch sehr seltsam aus. Was könnte das denn sein? Äh, hä? Was ist das? Ist das eine Maske? Ja. Kommt die etwa aus der Spielzeugsektion aus dem Supermarkt? Oder vielleicht irgendwas für Partys oder so? Aber auf jeden Fall, warum ist so etwas hier? Hat der Mörder es vielleicht getragen, um sein Gesicht zu verstecken? Nein, dann wäre der Mörder total auffällig. Ich mein, es ist eine ziemlich auffällige Maske. Ähm. Eine auffällige Maske? Ah, diese Maske? Hast du sie schon mal gesehen? Sandwich Espa Ito. Es ist ein super lustiger Anime mit Einstaltquoten von über 90% in meinem Land. Äh, okay. Das kann nicht sein. Könnte es sein, dass... War diese Maske vielleicht neben der Leiche platziert? Äh, ja, das war sie. Wenn das stimmt, könnte es sein, dass... Könnte es sein, dass... Ähm, bitte gib mir etwas Zeit. Hm. Was ist los mit ihr? Es scheint, als würde sie etwas wissen. Und wenn das der Fall ist, dann warte ich, bis sie darüber reden wird. Okay. Ich frage mich, was sie darüber weiß. Über diese Anime-Maske. Interessant. Ähm, was haben wir denn hier noch? Da, hier, dieser Schrank. Der ist offen. Das letzte Mal war der Schrank noch zu. Wir sollten vielleicht mal dort rein. Okay, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall eine Menge... Zeug, das uns helfen würde, irgendwie am Strand irgendwas zu machen. Da sieht man jede Menge Taucheranzüge, Schwimmbretter und so ein Kram. Surfboards, so ein Kram halt. Okay, ähm... Was kann ich denn hier überhaupt anklicken? Drei Sachen. Fangen wir mal hier an. Der Schrank links. Ähm... Nichts, was wirklich mit diesem Mord in Verbindung steht. Was haben wir denn hier? Auch nichts anscheinend? Dort ist eine leere Surfbrett-Hülle. Okay, und dann hätten wir noch hier... Ein... Was haben wir hier? Ein Weingummi. Dieses gelbe Ding. Es ist ein Weingummi. Süßigkeiten an einem solchen Ort zu finden, ist ziemlich unnatürlich. Wenn das irgendwie mit diesem Fall in Verbindung steht... Hat es jemand fallen gelassen, als er hier in dem Schrank war? Ein Weingummi, hm? Hm. Okay, dann sollten wir mal wieder hier raus. Mehr ist hier anscheinend nicht. Sonst noch irgendwas hier? Äh... Vielleicht die Tür an sich? Anscheinend nicht. Die... Das hatten wir schon. Die Blutspur kann ich... Ah doch. Die Blutspur ist auch noch ein Hinweis anscheinend. Wahrscheinlich als Mahibu versucht hat, mit ihrer letzten Kraft sich gegen die Tür zu lehnen. Und dann hätten wir hier noch eine weitere Tür. Der Duschraum oder Baderaum oder wie auch immer. Dort steht etwas an der Tür. Anscheinend ist sie momentan... Anscheinend kann man da momentan nicht rein. Es wird repariert. Das stimmt. Die Dusche wird gerade repariert. Also wird auch momentan kein Wasser rauskommen. Aber was ist mit heißem Wasser? Nun, auch das ist unmöglich. Nun, wenn die Dusche nicht funktioniert, ist es dann nicht einfach eine ziemliche Platzverschwendung? Es tut mir leid. Gerade als ich sie reparieren wollte, wurde mir mein Zauberstab weggenommen. Deswegen bin ich nicht dazu gekommen. Äh, was zum Teufel? Was hat dein Zauberstab damit zu tun? Nun, auf jeden Fall. Es ist alles Monokumas Schuld. Alles ist Monokumas Schuld. Ah, deine Augen sagen mir, dass du denkst, dass ich ein Verbündeter von Monokuma bin. Du kannst anscheinend meine Gedanken lesen, ha? Nun, denk über mich, was du willst. Ich hab eh schon aufgegeben. Aber lass es mich dir nochmal sagen. Solange ihr zusammenarbeitet, solltet ihr jede Art von Verzweiflung besiegen können. Und ich verspreche, dass ich euch dabei helfen werde. Äh, okay. Nun anscheinend, dieser Raum ist wohl außer Betrieb. Gut. So. Können wir da rein? Hab ich das richtig gesehen? Anscheinend. Okay, dann schauen wir doch mal hier drinnen nach.